3.28 Uhr nachts. Wir hatten eigentlich in der letzten Folge die Abstimmung gewonnen. Kilian Mbappé, le temps. Ja, und wie kriegen wir den nun ins Team? Das stimmt, so einfach ist das gar nicht, ne? Weil Geld hat er ja genug. Der gehört ja zu den Besten der Welt. Wie können wir den denn locken? Ich hab da was. Das könnten wir ihm schicken. Was willst du dem schicken? Kamm für die Haare, oder wat? Das wirst du schon noch sehen. Okay. 6.30 Stunden später. 6.30 Stunden später. Wir kommen zu viert im Team und wir rasieren. Wir rasieren.